Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren zu einer neuen Aufnahme Minecraft Season 1 mit Adrian, der scheiße ist und irgendwie gerade gar nicht hier ist. Was? Adrian, wo bist du? Da, was denn, was denn? Ja, ich bin bei unserem Bauernhaus, bist du nicht da? Ja, ich komme gerade zu dem Bauernhaus. Heute bauen wir immer ein bisschen oder du baust. Oder? Ja, ich bau, gehst schon ein. Ja, dann brauchen wir noch Diamanten. Momentan, ja, die haben eigentlich schon. Ja, ja, der Maul. Was kommt denn hier eigentlich hin? Äh, Schweine und Rinder. Soll ich mal Schweine kurz holen, weil die standen hier ja eine Art. Ja, ich muss die Möhren mitnehmen. Warst du einfach hier schon? Haben wir hier schon essen? Nee, aber ich habe welche in meiner, mein Inventar. Ja, ich kann den kurz drüber schmeißen, warte. Ich kann den kurz drüber. Huuuuii. Hat ja Premium geklappt. Ja. Warte, ich habe auch Eier. Ich kann die dann auch eigentlich direkt nochmal... Nee, geht nicht, ne? Was? Hast du schon? Hast du schon? Ja, ich bin gerade noch dabei. Wir haben nochmal Eier. Oh, jetzt habe ich einen Huhn mit einem Ei abgeworfen. Ja, macht nichts. Die Stöller ist nicht. Die sind da hart im Nehmen. Hart im Augenblick. Und gegenseitig im Nehmen, Junge. Alter. Was? So, jetzt wollte ich gerade mich hier mal irgendwo schweinen in der Nähe. Ja, ich glaube, in die Richtung ist schon ganz richtig. So, dann haben wir hier erstmal wieder die Hühner gefüttert. Hatten wir nicht irgendwo noch Brot oder sowas? Äh, ich kann dir ein bisschen Brot geben. Hier, ich habe hier 10 im Inventar, warte. Wir haben einfach viel zu wenig Essen, weißt du? Ohne Spaß, ey. Das wird's jetzt hoffentlich bald ändern. Ja, ich würde mal sagen, ich sehe nochmal ein bisschen Weizen, oder? Alter, Scheiße. Das ist alles, glaube ich, voll hier hinten, unser Weizenfeld. Aber wir könnten das Möhrenfeld und das Kartoffelfeld etwas verkleinern und dafür noch mehr Weizen anpflanzen. Wir haben das gerade geklappt. Ach, ich bin von der Truhe hier drauf. Awesome, Junge. Aber ich würde sagen, wir warten noch einmal. Wir haben noch so viele Knochen. Wir können nicht mal kurz die Karotten mitzubringen, dass die auswachsen. Dann hauen wir die Karotten weg. Die Karotten alle? Nee, warte noch nicht. Wo sind denn die Tür, Digga? Hä? Auf dem Feld, wo ich gerade stehe. Äh, vorne? Oder hat das keine Tür? Na, ist keine Tür. Hätte ich auch nicht die Schweine reinbringen können, weißt du? Bring mal die Tür mit. Ah, okay, ich hol mal welche. Wo sollen die am besten hin? Oder ist hier einer? Ich baue die kurz. Lauter, nicht lang, wieder ruckzuck. Wir haben hier genug Holz auch, ne? Ist ja nicht das Ding. Ist ja kein Thema. Getreide darf da bleiben. Das darf da hin. Wir haben übrigens hier in der Kiste noch massig Getreide. Das wird gleich erstmal... Ja, wir brauchen ja schon das Karottenfeld. Das mach ich überhaupt ne Scheiße. Wir brauchen das Karottenfeld ja schon, um äh, dann später die Schweinchen damit zu ernähren. Die Schweine brauchen ja... Dingens, ne? Mhm. Ich hasse Regen in Minecraft einfach nur. Ja, kotzt mich an. Ist so ungenötig, ey. Ich hab übrigens übertrieben Rüstung. Warum? Ich hab nur meine Diamant-Panzer-Dings an. Und? Reicht doch. Brustpanzer. Ich hab meinen Diapanzer und meinen Diahelm an. Wo ich gleich Strip mal eingehen möchte. Ich hab hier auch noch Knochenmehl, warte. Also ich hab Knochen dabei. Kann ich gerne Knochenmehl draus machen. So, ich mach dir mal zwei Türen. Dann können die nämlich besser durchlaufen. Bleiben ja nicht unbedingt hängen. Hängen geblieben. Wuts. So. Ist da schon ne Tür? Ja. Dann such ich sie mal. Ja. Hast du Möhren dabei? Ja. Fünf Stück hat's mir gegeben. Achja, stimmt ja. Ha! Hast du recht. Hast du das Knochen mir jetzt gegeben oder nicht? Wie bitte? Hast du mir jetzt die Knochen gegeben oder nicht? Oh ne, das stimmt. Warte, ich werbe die mal hier kurz über die Gerüstung. Ach da hinten. Ja, mach mal. Da ist ansonsten noch ne Tür, ne? Ja, ok. Oh. Ach da. Hab ich alles? Ja, ne? So. Jo, danke. Man, nice. Ja, ne? Wie viele Reiten waren da noch in der Kiste? Hä? Äh, ich glaube drei Stacks oder zweieinhalb oder so. Oh, ist auch ein Glück. Also ist noch ein bisschen was. So. Dann lassen wir mal hier alles ein bisschen wachsen. Ja. Lalalalalala. Du meinst schon Nacht? Irgendwie wird es schon Richtung Nacht gehen gerade. Kann das sein? Äh, ja. Es ist gerade Nacht. Dann hole ich die Schweine jetzt nicht. Definitiv nicht. Ach, weißt du woran ich mich gerade erinnere? Ich bin ja letzte Nacht gestorben. Erinnerst du dich jetzt dran? Ja, jetzt. Ach so. Ganz dunkel. Du bist auch gar nicht drüber abgeraged. Nein, bin ich nicht. Nein. Du hast dich nur leicht über die Skelette aufgeregt. Ich meine so. So fast nicht. Ja, es geht jetzt noch einfach nur Scheiße, ey. Ah, jetzt ist unser Baumier leer. Mein Geil. Dafür kriegen wir jetzt ganz viele Möhrchen und ganz viele Kartoffeln. Yeah. Also was ich mich frage, wenn man eine Iron Hole, eine Diamond Hole mit Unbreaking und Fortune versieht und dann die Karotten immer mit dieser Ho erntet. Kriegt man dann mehr? Ja. Ich wette. Ich wette. Ich guck gleich mal bei Minecraft Vicky, aber ich kämpfe gerade. Okay. Äh, eins, ja. Oh mein Gott. Das war natürlich intelligent, Adrian. Naja. Ah, du bist doch immer intelligent. Ich bin irgendwie aus Versehen über den Drua gesprungen. Boah, wie ist dieser Regen, ich geh wieder in die Wüste. Ich bin zwar bisher immer in der Wüste gestorben, aber da regnet es wenigstens nicht. Tja, so ist halt nun mal, ne? Kann halt nicht alles sein. Ja genau, entweder man stirbt oder es regnet halt, ne? Eben, also ich mein, muss sich schon entscheiden, ne? Kannst nicht hier, ist hier nicht. Ich wünsch dir was oder so, ne? Ist nicht, Alter. Alter, da bin ich irgendwie ein bisschen weak drauf. Naja, es geht eigentlich. So. Jetzt wird erstmal das Weizenfeld vergrößert, der hier ohne Spaß. Ich würde erstmal wieder was essen. Dafür brauche ich erstmal meine Ho. Die ist glaube ich in einer Kiste. Ich kriege eigentlich echt viel Damage, wenn ich's mir so überlege. Wenn ich ehrlich bin. Ja, geh bloß nicht mehr drauf, Alter. Ach, reiß auf. Ja, bei dir weiß man es mal nicht so genau, ob du jetzt drauf gehst oder nicht. Das ist mal bei dir so ne Frage. Wie? Dann muss ich mir irgendwo den Rücken frei halten. Ich glaube ich gehe hier hin. Hier können sie mich alle angreifen. Ich kann einfach nur so ne... Wie sollen wir alle hier in dieses Loch hier reinlaufen? Guck mal, das ist Nummer 1 ins Loch. Ich umkreise sie einfach. Voll der Plan, Alter. Ja, das klappt. Eigentlich auch ganz cool. So, wir haben jetzt anderthalb Stacks Möhren. Das ist nice. Ja, kann man so sagen. Ach man, leck mich aufs Gelett. Ja, dann komm ich gleich mal vorbei und hol mir was zum Essen ab, bevor ich weiter kämpfe. Ich hab nämlich nicht mehr so viel. Boah, wie wenig eigentlich so ein Eisenschwert aushält hier, ne? Ja, ist eigentlich ein bisschen kack jetzt, ne? Also, weißt du, ist es gleich wieder kaputt, mein Eisenschwert. Mein Diamant hält da schon... Okay, es kann natürlich sein, dass man Diamant nicht immer so... ...viel benutzt wie das Eisenschwert, also weißt du? Oh, ich hab natürlich schon, ansonsten ich damit gekämpft hab die Ernstzeit. Ja, weißt du, ist eigentlich schon viel benutzt. Oh, das kann ich schon mal, weiß auch nicht. Probier ich ihn mal hin. Wo kommt ein Zombie? Ich geh ihm entgegen. Genau, besuch ihn mal. Der freut sich bestimmt. Ja. Hat er. Oh, jetzt bin ich wieder im Regengebiet. Ich passe Regen. Wenn ich sterbe, soll Kaiserwetter sein. Oh, hoffentlich kriegen wir keinen Ärger mit dem Ökoamt, ey. So dicht wie die Pflanzen hier bei uns nebeneinander liegen, du. Das muss so. Das könne echt knappes werden, du. Aber bei Pflanzen gibt's da, glaub ich, nicht so viele Sachen wie bei Tieren. Ich glaub, bei Tieren kommt das ja mal schlecht an. Meinst du, wenn man so ein Schaf und einen Hut im gleichen Stall leben lässt? Nee, vor allem wenn man Hühner, weiß ich nicht, wie naheinander leben lässt. Ja, ich mein... Wenn wir anfangen würden, alle männlichen Küken zu töten, ich glaube, dann hätten wir ein Problem. Ah, Quatsch. Alles Humbug. Wir brauchen hier auch noch irgendwo ein bisschen Licht. Da kommt Licht. Ich hab mich grad festgesetzt. Warum spawnen hier jetzt grad nix? Ich hab keine Lust da oben drauf zu gehen, da sterbe ich immer. Ach, scheiß Skelett. Aber du kannst überhaupt nix, kannst du. Nein, jetzt hat's mich getroffen. Boah, Alter, ich bin voll fertig, ey. Voll müde, Junge. Weiß nicht. Irgendwie schafft mich momentan alles. Du bist ein Bock. Ach, halt die Fresse. Oh mein Gott. Ich bin eine verdummte, dumme, dumme Spinner. Scheiß. Alter, wie der immer trifft, das ganze Keim erzählen. Sollen wir uns überhaupt machen, hier für'n Scheiß. Ah. Ha. Kann wieder rein, kann wieder rein. Haha, du bist dumm. Oh, du auch, guck mal. Guck mal hier, komm mal hier. Ich glaube, ich werde mir einfach ein Haus in die Wüste bauen. So'n Bunker, ne? Wo's keinen Regen gibt. Ja, machen wir auch noch. Wir haben ja noch Zeit. Ja, um bisschen Zeit haben wir noch. Ich hab erst acht Level. Yay, ich bin Level 15. Ich bin Level 15. Ich hab gerade auch zwei Monsters getötet. Nice. Aber wir haben schon wieder reichlich Hühner, Junge. Hühner, Junge? Ja, du bist der Hühner, Junge. Oh, da kommt eine Spinne. Oh, ich bin doch eine Spinne. Hahaha. Mehr. Ich weiß magischer Bogen. Keine Schnitte, mein Freund. Hm? Das Skelett meinte ich. Krass. Ich meinst keine Schnitte, mein Freund, gegen ein Skelett. Naja. Und was machst du so? Warum? Ich? Ich? Ich, äh... Nee, ich hab grad geschrieben. Überleg, ob ich mit deiner Mutterfinkler antworten habe. Ich glaub, das ist so das. Richtig witzig. Wir saßen heute vorm Chemie-Tutorium, ne? Also ich war, äh, beim ersten Tag war so ein Typ da, der stand offenbar voll auf die eine, die jetzt auch angefangen hat Biochemie zu studieren. So, jedenfalls, klebt der momentan, also seit diesem ersten Tag, klebt der an der, ne? Also echt krass, ne? Und ihr geht das voll auf den Sack. Jedenfalls, meinte der heute so, ja, von wegen bla bla hier mit, äh, Tutorium, ähm, er müsste hier erstmal eine neue Route ausrufen. Er schreibt hier die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, ne? So von wegen, äh, ich könnte dich grad küssen und so, weil du einen Schatz bricht und bla bla bla. So, ein total behinderter Müll, ne? Jedenfalls, äh, meinte, kam dann heute irgendwie eine SMS oder so, oder eine Nachricht bei WhatsApp, ich hab keine Ahnung, wo drin stand, hast du denn auch, äh, hast du denn wenigstens gut geschlafen? So, wir sagten schon im Tutorium, ne, und haben gewartet, dass es losgeht. Und dann kam mir diese SMS, hab ich geschrieben, schreib mal zurück, nein, oder, äh, hab ich gefragt, ob ich das Handy kurz haben kann, hat es mir gegeben, hab ich gesagt, das war jetzt dein erster Fehler. Hab ich erst mal geschrieben, nein, ich habe nämlich von dir geträumt, der pure Albtraum. Dann hab ich sie jetzt zurückgegeben und hab ich gesagt, ist jetzt deine, äh, deine Wahl, ob du was abschickst oder nicht. Was macht sie? Erstmal auf senden drücken. Mega, sag ich auch, die können ja schon wieder, ey. Mann, all diese Hühner sind ja, voll liebe Ficknudeln, ey. Ich hab viel zu wenig Rüstung an, um mit Monstern zu kämpfen, ganz ehrlich. Das ist behindert, ne? Ja. Also wie viel Damage ein Zombie eigentlich macht? Boah, Level 18 gleich, ne? Ja. Premium. Ja, aber ich nur durchs Hühnerpaaren. Okay, das macht mich nahe. Das ist echt total geil, du kriegst durchs Tierepaaren, kriegst du so viel Level. Scheiße, ich muss hier weg. Wo bist du, bist du in der Wüste? Ja, komm zum Bauernhaus. Okay, geh kurz ins Wasser. He's swimming! Geh unter Wasser. Oh, ich hab auch nichts mehr zu essen dabei, ne? Ah, ich komm vorbei. Ah, das geht schon. Ich ess mal eine Kartoffel. Wie ist nämlich gerade mein Schwert kaputt gegangen? Zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, wenn ich das... Oh mein Gott. Wo bist du? Es wird hell! Wo bist du? Hier, im Wasser. Bist du denn hingelaufen? Oh, keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab dir mal meine Koordinaten. Minus 97, 341. 341? Mhm. Ist das schlecht? Alter, wie weit bist du denn gelaufen, Junge? Ja, ich musste Gegner suchen, weißt du? Ich seh dich da hinten, bleib mal stehen. Ich hab was zu essen. Du läufst in die falsche Richtung, du Mongo. Ach, leck mit rein. Da bist du. Ich hab was zu essen und, äh, ein Schwert glaub ich dabei. Und hinter dir sind immer noch Zombies her. Hier ist ein Hünder. Hier ist ein Hünder. Wuii! Oh, das war ja wenig intelligent. Nichts anderes habe ich von mir erwartet. Huh, Schweine! Meinst du, ich könnte die... Ich hab keine Karotten mehr, ich hab alle meine Karotten aufgegessen. Ja, ich komm vorbei. Bin ich safe? Ja, hier ist noch ein Zombie. Nein, da ist ein Skelett hinter mir. Okay, dann lauf ins Wasser. Ich brauch Essen. Ja, komm her. Warte mal, sauf ich grad ab? Nein. Nein. So. Ich hab dir mal einen halben Stack Karotten hingeschmissen. Juhu! Wo ist es? Da ist es. Das war kein halbes Stack. Belüg mich nicht. Halt die Fresse, du Mongo! Brauchst du noch ein Schwert? Oh, ich hab noch ein Schwert. Ich bin so ein Spaß. Ja, bist du echt, Alter. Aber das war sowieso fast... Das ist auch fast kaputt. Okay, ich werde jetzt erstmal... So, Schweinchen. Kommt mit. Kommt zu Papa. Scheiße. Ich glaube, ich sterbe noch von Fallschraden. Glaube ich auch. Puh! Diesmal nicht. Das eine da gebliebene Schweinchen töte ich kurz, ne? Ja, ja, mach mal. Ja, es hat gedrofft. Eigentlich braucht man gar keine Schweine, fällt mir gerade auf. Rinder sind viel geiler, weißt du? Ja, aber Rinder hast du dann immer... Die geben immer Leder nebenbei. Und eigentlich brauchst du gar keinen Leder. Warum nicht? Weiß nicht, braucht man einfach nicht. Hört ein Schwein übrig gelassen. Soll ich's mitnehmen? Ja, versuch's. Oder ich kann's auch töten. Ja, versuch's mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, weißt du? Das ist das eigentliche Problem. Schwein Arsch! Ich hab noch eins zurückgelassen, das kannst du uns noch mitnehmen. Einfach hinter mir her. Vor den Augen des Schweins ne Karotte gegessen. Du weißt doch, in welche Richtung... aus welcher Richtung ich gekommen bin, oder? Ja, von da hinten, über den Sandhügel. Ja, dann kommen wir einfach wieder zurück. Da ist auch noch irgendwo ein Schwein unterwegs. Das chillt hier irgendwo. Ich wollte wenigstens eins erstmal hier safe mitnehmen. Du hast nur eins grad dabei? Ja, das andere wollt nicht. Das wird einmal stehen geblieben im Wasser.